Na hallo zusammen, hier ist wieder Heuchelah und heute bin ich wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht es nämlich um den Erfolg, preist die Sonnenblume und für dieses Achievement müssen wir die Opulenz in der Schlacht von Dazaar Lore auf dem Schwierigkeitsgrad normal oder höher bezwingen, nachdem wir eine singende Sonnenblume gepriesen haben, während wir den Effekt strahlende Aura auf uns haben. Wie funktioniert das prinzipiell? Erstmal spiele ich den Boss hier ganz normal, bis ihr in diesen schicken Raum hier kommt. Wo man sich die Steinchen, diese Edelsteine aufsammeln kann. Und hier ist es ganz, ganz wichtig, dass ein paar Spieler zumindest den Topazen sich nehmen. Das ist der gelbe Stein und ihr seht schon, hier hinten in der Ecke stehen ein paar Spieler, die haben sich diesen gelben Stein genommen und die stapeln jetzt einen Stack hoch. Und zwar stapeln sich diesen Stack hoch bis auf 100, gütige Strahlen heißt es. Und wenn sie das oben haben, dann ist es so, dass andere Spieler oder sie in andere Spieler reinlaufen können und quasi einen weiteren Buff geben und zwar strahlende Aura. Für die gütigen Strahlen müssen die Spieler erstmal quasi alleine stehen, um sich das hochzustecken. Und sobald sie hochgesteckt sind auf 100, geben sie quasi strahlende Aura, die eure Crit-Wertung und alle anderen Spieler außenrum um 100% erhöht. Das ist die normale Spielmechanik, aber hier brauchen wir quasi diese strahlende Aura auch für unser Achievement. Wir brauchen zusätzlich neben dieser Aura noch ein Pad und zwar eine schicke Sonnenblume und diese Sonnenblume schimpft sich, jetzt muss ich nochmal gucken, singende Sonnenblume und die bekommen wir bei dem Plants vs. Zombie Event im Hügelland oben. Und wer das noch nicht gespielt hat, ich habe da auch mal ein Video zu gemacht. Wichtig ist bloß, dass die nur ein einziger Spieler theoretisch aus der Gruppe braucht. Im Normalfall hat der ein oder andere Achievement Hunter auch diese Blume. Ich glaube, das gab es auch Heldentaten. Also das Ding haben doch viele Leute bei uns im Raid, hatten es irgendwie 5, 6 Leute, einschließlich mir. Genau, also das Pad braucht ihr. Und dann ist es so, dass ihr einfach hier diese zwei Roboter killt, diese zwei Wächter, zum Boss lauft. Und dann erstmal die Leute, die quasi den Topazen genommen haben, sich hochstecken. Der Rest spielt den Boss einfach ganz normal. Ihr müsst eigentlich nichts großartiges anderes spielen. Das ist ein Personal Achievement, also jeder muss es selber machen. Und man kann es auch verkacken. Bei uns war es auch so, dass ein Spieler es verkackt hatte, der war nicht aufmerksam und hat nicht quasi gepriesen. So, wir laufen jetzt zusammen und ihr seht, jetzt habe ich diesen gelben Buff in der Leiste. Ich nehme die Sonnenblume in die Dings und mache Slash Preisen. Ich habe mir vorher schon ein Makro gemacht. Das spamme ich einfach die ganze Zeit. Ihr müsst es nur einmal machen. Ich habe es aus Sicherheitsgründen gespammt. Ihr kommt hier sicher mehrfach zusammen und könnt mehrfach auch das machen. Wie gesagt, das kann man bei jedem Kill mitnehmen und bei jedem, sogar Mythic-Modus kann man das machen, weil man einfach nur das Pad rausholen muss und es preisen. Weil den Buff spielt man im Normalfall eh, weil es sinnig ist, sich den 100% Crit-Buff zu holen. Ja, mehr ist es nicht. Jetzt haut ihr einfach nur noch den Boss um und sobald ihr das getan habt, ploppt wie bei uns hier das Achievement auf. Beziehungsweise bei mir, wie gesagt, ein Spieler, DLK, hat es verkackt. Der hätte ihn nicht gekriegt. Und ja, aber das kann man, wie gesagt, bei jedem Mal nochmal nachholen. Gut, das war es mit dem Achievement-Guide. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein bisschen weiterhelfen. Sollte es der Fall sein, würde ich mich freuen, wenn ihr mich positiv bewertet. Und wenn ihr mehr solche Videos sehen wollt, könnt ihr mich selbstverständlich gerne abonnieren. Euer Tila, bis zum nächsten Mal. Ciao.